Diese Flasche Bier ist für dich. Wenn du sie nicht öffnest, bis ich wieder da bin, dann bekommst du sogar eine zweite. Da ist etwas in uns, das unserem Leben eine Richtung gibt. Ein innerer Kompass. Folge ihm. Du gibst mir jetzt sofort eine zweite Flasche Bier. Hast du verstanden? Hey, Kumpel, ruhig bleiben, sonst müssen wir Gewalt anwenden. Ich will meine zweite Flasche Bier.